ja hallo und willkommen zu einer neuen folge von my cosplay life ich bin Nojo Saiba der host dieses podcast und ich teile hier meine erlebnisse erfahrung und learnings aus meinem cosplay leben mit dir und falls du mich schon von youtube kennst hast du auch wahrscheinlich meinen vlog von der konichi 2022 gesehen also zugegebenermaßen das ist eher die schönere seite von meinen convention besuch denn der tee gibt es eigentlich nur im podcast also lehn dich zurück stell dich darauf ein dass jetzt ein bisschen drama kommt ich sag mal so ich verliere immer den letzten nerv auf conventions dafür habt ihr was zum lachen im podcast jedenfalls hoffe ich dass ich das irgendwie gut unterhaltsam rüberbringen kann viel spaß ich überlege mal wie wir starten ach ja thema unterkunft tolles thema oh boy leute also falls du mich länger bei instagram schon kennst hast du auch mehrmals mitbekommen dass unterkünfte bei mir immer so ein problem sind also ich weiß nicht was ich dieses jahr falsch gemacht habe aber egal auf welche convention ich bin ich habe immer irgendwelche unterkünfte die ich sag mal so ungünstig sind bzw den stress den ich so oder so schon habe durch convention oder die zeit davor ja noch mal verstärken weil ich dann nicht zur ruhe kommen kann oder ja es gibt halt tausende stories darum soll es gar nicht gehen auf jeden fall unsere unterkunft war schon so nervig leute ich habe nach der kunichi mir war es egal ich bin broke as fuck by the way ich habe jetzt auch herausgefunden wenn man eine kreditkarte besitzt muss man gar nicht vorauszahlen also bei den meisten hotels also ich habe erstmal die hotels für die wichtigsten convention auf die ich auf jeden fall gehen werde schon mal gebucht auch wenn ich burg bin weil ich dann quasi nicht sofort zahlen muss und dann halt erst zu dem convention zeitraum also wenn ich halt da bin also unsere unterkunft war eine ferienwohnung die wir mit anderen kostklären geteilt haben also mit misaki und lucian von der animagic die ich kennengelernt habe also die tauchen quasi im vlog auf vielleicht weiß die ein oder die andere person das noch und halt die haben noch eine dritte person mitgebracht also waren wir zu fünft und ja an sich alles cool wir wussten auch dass es halt eine altbauwohnung ist und es gibt auch noch einen begriff dafür aber ich keine ahnung ich ich kann mich ich habe es einfach vergessen auf jeden fall es erhalten altbauwohnung und ich habe ja schon altbauwohnungen gelebt aber holy shit ich habe halt gemerkt wie verwöhnt ich halt für meine neubauwohnung bin denn egal welchen schritt ich gemacht habe es hat geknacktes fuck really also der boden war einfach schrecklich ich habe ein problem damit oder beziehungsweise ich fühle mich unwohl wenn ich mitten in der nacht aufs klo gehen kann und das ganze haus also sowohl bei uns in der wohnung als auch die leute unter uns und neben uns mitbekommen dass ich halt quasi mitten in der nacht aufs klo gegangen bin i don't know ich mag das einfach nicht so gerne und also es war auf jeden fall ein bisschen krasser als ich das noch in erinnerung hatte also wirklich dass bei jedem schritt einfach die nächsten drei holzbretter auf dem boden dann knacken war schon sehr unangenehm aber aushaltbar schließlich waren wir irgendwo selbst schuld wir haben nicht schnell genug die tickets geholt waren auf der warteliste also wussten wir lange nicht ob wir überhaupt halt ein hotel brauchen oder auf die kunichi gehen und als wir die tickets dann quasi hatten da gab es halt schon gefühlt keine unterkünfte mehr menschen waren wir echt glücklich dass wir noch für relativ wenig geld halt dort übernommen konnten in kassel es war es war halt für diesmal okay aber nie wieder never 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 again ich egal wie broke ich bin dann gehe ich halt nicht auf die convention ich übernachte nur noch in hotels weil ja bis jetzt ist einfach zu viel passiert und ich möchte einfach mein meine vier wände haben wo ich einfach zur ruhe kommen kann aber mit der wohnung passiert noch mehr drama darauf gehen wir aber später ein denn ich glaube es ist sinnvoller wenn ich ein bisschen chronologisch über die convention spreche weil sonst werde ich den faden verlieren ich kenne mich schon und ich habe kein skript quasi ausgearbeitet weil ich einfach jetzt darauf losreden möchte und ja also starten wir mit freitag freitag lief eigentlich alles ganz gut gut ich hatte wieder meine mental breakdowns am morgen weil ich über zwei stunden kontakt gebraucht habe um die kontakt linse ins auge zu bekommen oder ja ihr wisst schon was ich meine ich weiß nicht ob ihr relaten könnt aber entweder kriege ich das quasi innerhalb von fünf minuten hin oder ich sitze da wirklich ungelogen zwei stunden und da ist auch quasi mein auge schon mega gereizt weil ich versuche diese scheiße linse rein zu bekommen ich habe nämlich von onyxu ein anime collection kontaktlinsen geholt weil die einfach super super schön aussehen aber die sind so dünn dass sie sich die ganze zeit so zusammenfalten oder teilweise rutschen die quasi fast hinter das auge also nicht komplett aber halt so dass ich auf jeden fall rum mit meinen fingern irgendwas rummachen muss um die kontakt linse wieder aus meinem auge zu bekommen ja also irgendwie habe ich manchmal echt probleme damit oder halt gar keine und an dem morgen war es halt wieder so dass ich extreme probleme hatte meine kontakt linse rein zu bekommen und deshalb war ich schon sehr genervt sage ich mal so gut fertig gemacht sind mit der tram gefahren die tatsächlich sehr gute anbindung hatte also wir müssen noch nicht umsteigen oder so wir sind angekommen haben die riesige schlange gesehen aber ich musste erst mal zum waffencheck ich wusste nicht wo der waffencheck ist also ich dachte mal ich gehe erst mal so richtung schlange irgendwo muss ein schild sein irgendwo und dann hat ein helfer ist auf mich zugekommen und hat gefragt so warst du schon beim waffencheck und ich so nee wo ist der denn ja das komplett auf die andere seite also komplett einmal auf die andere seite wir ich war noch so schlau und habe gesagt hey guck mal die cosplayer vor uns die haben auch waffen dabei die gehen bestimmt jetzt auch zum waffencheck wir laufen den einfach hinterher ja die wollten den gab und wir haben auch das waffencheck bild gesehen aber ihr müsst halt bedenken wenn man halt von vor dem gebäude steht und dann quasi richtung waffencheck läuft dann sieht man dieses schild und da ist ja kein fall keine direction oder so und ich habe noch nie eine waffe getragen auf einer convention also ich musste noch nie zum waffencheck das war mein allererstes mal und ich war einfach los ich wusste einfach nicht wohin ich muss ja als wir dann vom garten dann quasi zurückgelaufen sind weil ich dachte mir so okay das ist die falsche richtung also die entgegner sind zur richtung wäre das richtige gewesen also richtung gebäude wir haben uns nämlich auch gefragt ob die container halt vielleicht waffencheck ist aber war ja nur die garderobe auf jeden fall war es dann halt quasi die andere richtung richtig bin reingegangen habe meine waffe abgegeben ich fand das super super witzig ich habe nämlich ein katana gebastelt und ich sage mal so der ist noch nicht so ganz perfekt geworden ich habe damit rum experimentiert und meine experimente liefen gut aber das endergebnis war trotzdem sau instabil das ist irgendwie ein bisschen komisch wenn der prototyp einfach besser wird als dein eigentliches projekt aber egal auf jeden fall war die waffe sehr sehr wabbelig und das hat man auch gemerkt die haben mir schon geschaut so höchst ist eine echte waffe also aus holz und ich habe einfach nur den katana hochgehoben und damit so gewackelt und die haben gesehen oh willst du es vielleicht abgeben weil sonst kaputt gehen kann und ich habe gesagt ey leute ich habe das in drei tagen abgerockt wenn es kaputt geht dann bin ich froh dann habe ich noch einen grund mehr eine neue waffe rauszumachen weil die ist nicht gut geworden ja schon ein bisschen lustig die reaktion also die gesichter der anderen halt zu sehen weil ich einfach so mit vollem selbstbewusstsein einfach meine waffe hin und her gewabbelt habe und es so aussah so bis jeden moment zusammenbrechen konnte ja auf jeden fall waffencheck durch da müssen wir natürlich einmal ganz raus und einmal komplett die schlange entlang laufen und das war mega witzig weil ich halt den ganzen stress hatte bla 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 bin ich halt nicht aufs klo gegangen oder war warum aber ich bin halt eine person wenn ich aufs klo muss dann sage ich das immer wieder und beschwer mich darüber dass ich gerade nicht aufs klo gehen kann ich weiß halt nicht das ist einfach so eine typische verhaltensweise von mir das vor allem bei diesen sachen wie ich muss aufs klo oder ich bin aufgeregt ich sage dann immer wieder ich bin aufgeregt oder ich muss aufs klo auf jeden fall hat ein follower das halt quasi gehört und hat mich deshalb nicht angesprochen er wollte mich nicht stören hat mir aber später auf instagram geschrieben meinte so ja trägst du heute zufällig mit suche ich glaube du bist gerade an mir vorbeigelaufen aber du hast ja gesagt du möchtest aufs klo gehen also wollte ich dich nicht stören und ich fand das so traurig weil leute ihr könnt mich stören wenn ihr hört dass ich aufs klo muss also ich bin auch in der nächsten halben stunde nicht aufs klo gegangen eigentlich noch über eine stunde weil nachdem wir reingegangen sind bin ich sofort zum workshop gelaufen weil sonst hätten wir es verpasst und ja also wie gesagt ich beschwere mich oft über solche banalen dingen aber das ist halt nur für mich und das soll gar nicht den eindruck erwecken dass man mich nicht stören soll auf jeden fall fand ich das irgendwo ein bisschen witzig ich fand es aber auch mega schade weil ich ihn schon seit über einem jahr treffen möchte also es gibt immer noch so diese bestimmten follower die man unbedingt antreffen möchte und ja irgendwie klappt das nicht auch wenn man die gleichen conventions besucht ich weiß es nicht ich habe ein talent dafür menschen im real life nicht anzutreffen obwohl ich das nicht extra mache ich schwöre es ja auf jeden fall ja leider kam mir auch überhaupt nicht dazu uns wieder zu sehen halt während der ganzen kunichi aber ja so viel halt dazu wir kamen auf jeden fall irgendwann rein also es hat echt ein bisschen gedauert aber wir kamen auf jeden fall rein und da mussten wir auch sofort zu dem ersten workshop den ich mir aufgeschrieben habe die tapferen nähhelferlein keine ahnung es tut mir voll leid ich mochte die auch mega und der workshop war richtig richtig gut aber der name ist bin ich die einzige die den namen total doof findet als ich das gesehen habe zum ersten mal dass man so hey was ist das für ein workshop ich wollte eigentlich gar nicht reingehen aber ich habe mir noch mal alle beschreibungen zu den einzelnen workshops quasi durchgelesen weil die kunichi echt gute workshops hat also ich empfehle da jeden da ein groß also quasi wirklich einen blick drauf zu werfen was da wirklich angeboten wird und das hat sich doch ganz interessant angehört auch wenn ich immer noch von dem namen irgendwie so ein komisches gefühl hatte auf jeden fall ja sind wir hingegangen und die war so lieb und die hatte auch so viel erfahrung also es ist halt crazy fand das unfassbar schön was ich noch mitgekriegt habe nach dem workshop konnte man nämlich noch nach vorne gehen um sich ein paar unter sie dir anschauen die sie uns vorgestellt hat und auch quasi so ein ja so ein flyer mit einem code für ihren stoffladen sie ist nämlich verkäuferin also sie ist wirklich nur verkäuferin und halt cosplayer und eine die quasi schneider ist saß halt im publikum sie ist danach hingegangen und meinte so ich finde das so crazy dass du nur einzelkauffrau bist bin schneider trotzdem habe ich was bei dir gelernt und ich fand das irgendwie so schön dass egal welchen vor allem beruflichen hintergrund man hat man immer noch quasi also die erfahrung übersteigt einem also ich weiß jetzt nicht seit wie vielen jahren die andere person schneiderin ist aber man kann immer noch voneinander lernen und ich fand das irgendwie total schön mit zu bekommen als ich dann quasi am stand war ja auf jeden fall also das war wirklich ein sehr guter start in einer convention wir hatten auch danach sofort das nächste workshop nämlich in kindama einführung und ich fand das so geil ich dachte mir so hä die kenne ich doch von instagram das war nämlich clover pattern ich habe sie eine zeitlang verfolgt irgendwann nicht mehr weil ja einfach andere fanims und so weiter und so fort also folge nicht jeden cosplayer den ich mag weil ich dann quasi meine timeline einfach mit zu viel content habe und dann sachen untergehen die ich wirklich gern mag also ich mag halt die person aber ich muss halt nicht jeden cosplay feiern weil ich vielleicht den anime gar nicht geschaut habe oder es einfach nicht mitfühlen kann also so halt in die richtung aber obwohl ich schon seit über zwei jahren sie entfolgt bin habe ich sie wieder erkannt und als ich ihren insta name oft im powerpoint gesehen habe dann immer so das ist die wirklich und ich habe mich so so gefreut dass ich sie trotzdem in real life getroffen habe auch wenn das jetzt nicht mehr ein cosplay workshop ist sondern einfach ein kindama workshop ich habe nämlich wegen julian bam halt sein kindama halt geholt also nicht wegen ihnen aber er hat mich dazu gebracht vielleicht damit anzufangen weil ich auch sein kindama richtig cool sein fand und damit deshalb ich quasi vor ein paar wochen angefangen kindama zu spielen und dementsprechend waren wir auch in dem workshop dort und ich fand es richtig richtig cool dass wir am ende noch alle zusammen einfach ja kindama gespielt haben man hat auch im blog gesehen dass ich nicht gut bin aber ich übe es wenn ich wenn ich zeit dafür habe also ich habe sowieso ein bisschen zu viele hobbys aber kindama zocken ist schon ziemlich beruhigend und ich habe immer das gefühl dass ich muss es halt niemand sein ich mache das halt für mich in meinen vier wennen und keiner kriegt mit ob ich fehle oder nicht außer ich poste das aber ja auf jeden fall finde ich halt das irgendwie sehr beruhigend ja genau auf jeden fall habe ich mich super super gefreut dass ich quasi lisa getroffen habe dann ja hatten wir lange kein programm punkt an sich wir waren essen und das hat eigentlich schon die zeit gefüllt bis eben zu abends weil wir hatten glaube ich danach nur noch um 21 uhr wollten wir das live tasting bei wohnen bei der kunichi couch und ich habe mir nicht die description durchgelesen ich dachte dass man halt selber so dass man selber quasi japanische süßigkeiten und getränke halt testen kann und ich wurde enttäuscht also es ging halt ich weiß halt nicht ob ihr das halt kennt aber ja es war auch stand auch im konheft also das quasi nur ein paar leute halt von der messe sich zusammensetzen und sachen durchprobieren und sorry not sorry aber es war so langweilig also ich weiß halt nicht vielleicht bin ich einfach es also ich muss halt sagen ich hatte eine ganz andere erwartungshaltung ne ich dachte ich werde was essen und ausprobieren und dementsprechend war ich schon so oder so traurig dass ich das doch nicht kann und wie gesagt das war einfach dumm von mir weil das stand ja quasi im konheft ja so ich habe mir das halt wie sie nur ich sag mal so selbst zusammen gebastelt was halt hinter dem panel quasi hinter steckt und ja ich weiß halt nicht ich fand persönlich auch die die reaktionen oder wie sie das gemacht haben jetzt auch nicht unbedingt spannend also ich hätte es halt nicht besser machen können so ist es nicht aber ich sag mal so ich habe mich sehr gelangweilt gefühlt und dachte so gehen wir und holen wir uns bei diesem stand wo man süßigkeiten japanische süßigkeiten kaufen kann gehen wir da rein und holen uns unsere eigene süßigkeiten und dann ja sind wir gegangen haben auch was gegessen ja und danach war schon die amv night das ist unser highlight von jeder kunichi also ich finde es so insane was für masterpieces teilweise vorgestellt werden also bei der amv night sind ja nicht nur deutsche amv editors dabei sondern halt von der ganzen welt und dann halt wird auch das beste vom besten gezeigt amv sind by the way anime music video also man schneidet quasi verschiedene szenen aus einem oder mehreren animes zu einem bestimmten song und ja man damit halt baut man halt komplett neue storylines manche machen es nicht unbedingt aber man kann auf jeden fall sehr sehr viel daraus machen und wirklich also ich kann wirklich jedem empfehlen die playlist von der kunichi also die veröffentlichen das auch in einer playlist die mal durchzusuchten das ist so so geil also ich habe allein bei dem ersten das nennt sich keratin keratin dreams ich habe so geweint das war so emotional ich habe geheult ich hatte gänsehaut bei dem nächsten war es aber richtig war halt ein lustiges video und ich habe mich so totgelacht also das war wirklich gefühls karussell pur und ja wie gesagt also ich lieb ich liebe amv night ich finde immer noch das einer der besten programmpunkte von egal welcher convention finde ich die amv night von der kunichi extrem gut ja also dann waren wir auch wieder in der unterkunft keine ahnung gegen halb eins oder so und ich wollte eigentlich nur noch schlafen also ich wir hatten halten langen tag hinter uns auch wenn die amv night super super geil war ja es gab ein bisschen drama sage ich mal so also bei den zwei cosplayern die neben uns gepennt haben also nicht ja also die haben generell auch auch viel zu erzählen gehabt ich bin auch eine quatschstante in meine ne ihr hört es ja aber wir haben erst mal viel viel geredet obwohl ich schon super müde war und dann dachte ich mir so ich gehe jetzt ins bett ja gute gedacht sagen bla bla und dann wir haben tatsächlich nicht viel was gehört aber auf einmal hieß es jo das bett ist zusammengebrochen und da hat auch keiner irgendwen gefügelt sondern jemand hat sich einfach nur aufs bett gesetzt da der laden ross war extrem instabil also ich habe mir das auch angeschaut das war wie gesagt es ist halt ultra altes bett gewesen und das ich sag mal so anstecksystem war auch nicht gut also man konnte quasi ihr kennt halt wenn man im bett so zusammensteckt normalerweise leimt man noch diese stäbchen also diese verbindungsstücke quasi zusammen und anscheinend war das bett auch schon so alt dass das dass der leim halt komplett ausgetrocknet war oder gar nicht vorhanden i don't know auf jeden fall das sah nicht stabil aus und da ist das bett quasi schon also es sind schon vorher einzelne latten quasi runtergefallen und die haben dann quasi wieder zusammengesteckt aber halt irgendwann war das ganze latten ross einfach runter und dementsprechend haben wussten die nicht wo die pennen sollten es war auch quasi jetzt nicht so dass man mega viel raum hatte um einfach nur die matratze halt weg zu machen um halt auf dem boden zu pennen also es war halt nicht ganz einfach und ich habe auch gesagt leute ruft endlich mal die vermieter an also meiner meinung nach hätte man das von anfang an machen sollen sagen so ey das bett ist instabil was soll der scheiß aber gut ich kann auch verstehen wenn man halt nicht wegen jede kleinigkeit halt bei den leuten anklopfen möchte auf jeden fall mussten die dann quasi doch mitten in der nach die anrufen weil wie gesagt also das war also ich meine ich persönlich hatte schon so richtig schiss wenn ich weiß wenn ich offen mich auf dem bett setze dass es halt sein kann dass das bett zusammenbricht hello ja auf jeden fall nicht so geile sache die die gute dame hat auch nicht sehr geil am telefon reagiert und ja auf jeden fall es war also das war auf jeden fall weird der ich habe versucht mich aber davon zu distanzieren ich wollte ehrlich gesagt nur noch schlafen und es tat mir total leid für die beiden aber in dem moment habe ich mir so ich habe einfach keine energie übrig mich für andere aufzuregen ja ich habe halt gehofft dass die das irgendwie gut hinbekommen die haben ja im schuss schlussendlich halt auf matratze auf dem boden gepennt und wollten das dann quasi am nächsten tag in ruhe klären mit den leuten und wir sind halt schon bereits zu convention gefahren ich wollte dann quasi noch in der bäckerei kurz essen gehen weil naja auf der kunichi das mazuri ist zwar sehr sehr geil aber auch sehr sehr teuer und dementsprechend wollten wir halt quasi bei einer bäckerei in der nähe einfach mal anhalten vorher und halt was frühstücken damit was im magen haben wollten dann auch schon langsam bezahlen und losgehen zu konichi und ich werde angerufen am telefon heißt es auf einmal yo es ist ein bisschen eskaliert die wollen uns rausschmeißen und die hat die polizei angerufen ich glaube ich könnt ihr bitte kommen oder wir packen eure sachen selber und ich dachte mir so what the fuck is going on that escalated really quickly keine ahnung die haben sich anscheinend ist gestritten es halt hochgeschaukelt ich war halt nicht dabei ich habe beide versionen von der geschichte mir angehört und ich denke mal dass es so dieses typische die ein geben halten kommentar die anderen finde ich angegriffen und dann geben die ein konter und dann schocken sich das so voll krass hoch total schade weil die wollten eigentlich nur sagen wir wollen unseren anteil halt nicht zahlen aber die anderen wollen hier bleiben also dass man also die haben von anfang an quasi kommuniziert dass es nur die beiden betrifft weil eben nur das eine bett kaputt ist und die wollten uns ja quasi keine schwierigkeiten machen wie gesagt dann gab es halt diese eskalation die frau hat auch selber zugegeben dass sie ja die polizei nicht hätte anrufen müssen aber die fühlte sich irgendwie bedrängt obwohl andererseits ihr mann auch handgreiflich gegenüber die immer also meine zwei freundinnen waren also wie gesagt ich war halt nicht dabei und ich habe halt nur zwei seiten gehört aber es war auf jeden fall sehr sehr chaotisch würde ich mal sagen für mich persönlich ist damit sich das alles nachvollziehe auf jeden fall dadurch dass es aber rausgekommen ist dass man quasi gesagt hat jo wir sind nicht als keine ahnung also wir kennen uns nur haben die quasi doch mitleid mit uns gehabt und dann haben die also ich glaube das war halt quasi nur eine ausrede weil die polizei gesagt hat sie sie können doch nicht leute auf die straße setzen also schon mal gar nicht halt die die gar nichts damit zu tun haben ja auf jeden fall dürften dürfte der also der kumpel von den beiden und wir konnten halt bleiben und die anderen zwei mussten sich eine andere unterkunft suchen was die aber sowieso vor hatten weil dort halt man nicht pennen konnte ja auf jeden fall für mich persönlich total nerven auftreiben weil ihr müsst ihr halt vorstellen ich fand halt schon also ich war halt ich bin eine person die ihren schlaf braucht ihre ruhe so und jetzt wenn ich wenn ich halt quasi um mitte nach nach hause komme dann gibt es halt diesen stress mit dem bett und dann habe ich wenig geschlafen morgens habe ich schon mitbekommen dass es irgendwie nicht so eine gute stimmung war und was ich auch nachvollziehen kann und dann geht man kurz frühstücken freut man sich doch auf die konvention wird mal angerufen jo polizei ist hier wird die wollen uns alle rausschmeißen also ich habe natürlich den worst case scenario im kopf gedacht ich war danach ich glücklich dass wir dort bleiben konnten weil ich wusste halt sonst nicht wohin ja und vielleicht kennt das die ein oder andere person das von mir ich sage das jetzt quasi jetzt nicht unbedingt halt jeden aber ich habe keine abneigung aber sobald ich polizisten oder polizeiwagen sehe bekomme ich extreme angst seit dem einem ereignis in amerika ja ich will gar nicht so krass darauf eingehen aber halt seit diesem vorfall der die welt erschüttert hat sage ich mal so das hat mich damals so stark mitgenommen und jedes mal wenn ich halt polizisten sehe dann habe ich halt herz rasen und co also auch wenn ich halt im kopf weiß das hat nichts miteinander zu tun reagiert mein körper sehr stark drauf und allein schon die polizisten halt vor ort zu sehen hat mich halt schon sehr mitgenommen und da bin ich auch davon erstmal ausgegangen dass ich gar nicht dort bleiben darf und rausgeschmissen werde wo ich halt nichts getan habe ähm ja wie gesagt wir konnten halt dort die andere nacht auch pennen haben dann quasi in seine kontaktdaten gegeben falls wir irgendwas verbocken also dass sie auf jeden fall quasi uns kontaktieren konnten weil natürlich nur der ein andere halt also der das gebucht hat hat seine kontaktdaten gegeben und nicht wir auf jeden fall haben wir es versucht so friedlich wie möglich zu klären und sind danach endlich zur convention gefahren also nach der ganzen thematik konnten wir dann endlich äh for real zur convention fahren und wir waren gerade so rechtzeitig um das äh cmv wettbewerb zu sehen also ähnlich wie das amv aber es ist halt cosplay music video also man sieht ja nicht anime footage sondern halt cosplay footage also da haben quasi cosplayer quasi sich eine storyline überlegt das abgedreht und das zu einem film zusammengeschnitten meistens dann quasi passend zu einer musik aber auch halt mit dem voiceover war das halt möglich äh fand ich ein bisschen schade weil das ist halt ähm ich sag mal so wenn ich das video gesehen habe das ist halt für mich komplett was nicht vergleichbares und das in einen wettbewerb reinzustecken fand ich das ein bisschen blöd weil natürlich die ein haben super also voll den krassen kreativen ähm konzept raus gemacht und haben das dann selber eingesprochen und so andere haben dann quasi komplett eine andere richtung gemacht und das komplett passend zu einer musik gemacht also ich fand es sehr schwer vergleichbar und fand es ein bisschen doof dass es quasi gegenübergestellt wurde und nicht halt getrennt also für die teilnehmer jetzt für mich als zuschauer was ehrlich gesagt egal auch wenn ich einfach nur überrascht war ich hatte auch generell eine sehr hohe erwartung halt erwartungshaltung weil ich kenne die cosplay music videos nur von just face also ich weiß nicht ob ihr den kennt ich habe ihn ab und zu mal meiner story gepostet weil ich ihn einfach super gern habe also sowohl als mensch als auch als creator wir haben halt quasi uns kennengelernt als ich quasi zu einem workshop von ihm gegangen bin auf der epicon und ja seitdem kenne ich ihn und gucke auch seine videos und dementsprechend ich kenne nur seine videos so das wollte ich halt sagen und der macht das halt auch schon seit einigen jahren das sieht man ja auch weil halt die videos immer besser werden und in diesem wettbewerb waren auch definitiv leute die das jetzt nicht ähm ich sag mal so extrem gut machen können damit ist aber oft bezogen auf alles mögliche editing konzeption alles also wirklich alles drum und dran und natürlich ist es auch irgendwo verständlich wenn man halt nur ein cosplayer ist dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt super viel schneiden kann oder halt audio mixen kann und so weiter wie gesagt ich habe halt sonst nur extrem gute sachen konsumiert also sachen die man halt schon sagen könnte ist richtig professionell aufgesetzt und ich fand aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm beziehungsweise dadurch dass ich halt in dem moment überrascht war und gesagt habe oh krass ist die quali an sich nicht so gut habe ich dann während ich die videos oder halt in dem programm punkt las habe ich dann mit mir selber rum also innerlich dann quasi gesprochen wie doof es eigentlich ist dass ich dann quasi ja diesen hohen erwartungshaltung dann quasi auf die videos anderer dann quasi drauf setzte nur weil ich nur was anderes kenne und eigentlich ist doch sehr schön ist mir selber vor augen zu führen das ist halt nicht von anfang an immer das krasseste ist nicht heftig und extrem hoch qualitativ jeder hat in verschiedenen skill levels hat man auch gesehen die ein videos waren halt ja einfach was die aufmachung angeht super aber andere die ich sag mal so kamera führung ich glaube da hat niemand das drauf aber die idee dahinter war extrem geil also wie gesagt es war immer noch sehr spannend und ich fand das auf jeden Fall sehr sehr cool und man hat einfach gesehen sind keine profis sind hobby Leute genauso wie ich und dementsprechend fand ich das durchaus schon sehr sehr cool genau und nach dem wettbewerb waren wir beim ksm-panel mega interessant ich weiß dass die meisten von euch wahrscheinlich nicht so krass interessieren aber wir sind halt immer für insider infos offen ja also mein freund generell der ist so ein richtiger freak was die ganzen publisher angeht also wenn ich zum beispiel sage jo weißt du ob der anime xy lizenziert ist dann kann er meistens den publisher datum veröffentlichen also wenn es halt quasi rauskommt und wenn die vorbestellungen losgeht das hat er alles irgendwie im kopf da ist er einfach mega krass hinterher und für mich war es am anfang echt anstrengend weil ich dachte mir immer boah ist das alles unnötig ich bin einfach nur ein anime sehen aber naja durch die fast vier jahre beziehung bin ich auch irgendwo hinterher gekommen interessiert mich selber dann quasi für den ganzen behind the scenes auch was die lizenzierung angeht dazu komme ich auch später nochmal zu sprechen weil dafür gab es auch noch quasi ein panel genau also deshalb waren wir halt da drinnen und ich bin echt froh weil die haben was für uns halt so zusammengestellt in der präsentation und ich finde es tatsächlich echt interessant was alles so dahinter steckt oder welche gedanken man als publisher macht und bei diesem panel ging es halt hauptsächlich um the dear king und bell also the dear king habe ich tatsächlich geschaut weil ich freie karten bekommen habe von unserem comic laden hier in winster also es gab halt so eine aktion und ich habe halt karten gewonnen dementsprechend naja ich hatte halt bei der anime schon geschaut und es war halt umso cooler dann zu erfahren was alles dahinter gesteckt hat und da gab es auch dann quasi eine ankündigung exclusive wir haben auch ein exclusive buch booklet bekommen von bell also alles schon irgendwie sehr sehr cool die haben auch ein bisschen gequatscht welche erfahrungen die gemacht haben also dass sie quasi auch mit den leuten aus japan sich getroffen haben und so weiter also da haben die quasi ein bisschen aus dem nähkisten geplaudert und ich finde das so was ich finde so was einfach richtig cool danach haben wir uns was zu essen geholt und sind auch sehr früh wieder reingegangen denn wir wollten so früh wie möglich anstehen für das sack konzert also da waren wir in dem in dem konzert wo es eine zusammenarbeit von sack und mina chan quasi gab aber ich weiß jetzt minato heißt die glaube ich genau und die beiden sind so cute und ich liebe halt generell j-pop sie weiße vor allen dingen halt in der anime szene und ich fand die lieder echt geil also generell der vibe im konzertsaal war richtig richtig geil und ich habe es einfach geliebt ich finde bei solchen sachen immer ein bisschen schade dass mein freund halt jemand ist der sitzt da emotionslos extrem aber er genießt halt die musik das ist halt seine art musik zu genießen er entspannt sich einfach und ich bin eher die person die halt quasi mitfiebern möchte dementsprechend ist halt ein bisschen weird wenn wir halt nebeneinander sitzen oder stehen weil ich komplett abdrehe und er ja wie eine leiche da oder nicht eine leiche aber eine mumie weil sonst würde er quasi umkippen einfach da steht oder sitzt und ja ist jedes mal immer noch ein bisschen weird aber gut dass wir halt nicht immer zusammen zu konzerten gehen also wir hatten tatsächlich genau das gleiche auf der kunichi 2019 da war nämlich flo da und alle naruto fans müssen eigentlich flo kennen da bin ich auch komplett durchgedreht aber da standen wir auch also jetzt war es so dass für die konzerte noch überall stühle waren und ja man dürfte quasi stehen aber halt an seinem platz und 2009 war es noch so dass einfach alle in den saal reingeschoben wurden und halt man auch richtig dann abdänzen konnte da kommen auf jeden fall erinnerungen hoch jedenfalls war das konzert echt echt nice und ich habe auch echt eine pause gebraucht um das alles quasi ja wirklich zu verinnerlichen weil wir hätten eigentlich sofort danach auch wieder ein programmpunkt aber ich habe halt gesagt jo ich brauche eine pause ich muss das noch mal verarbeiten weil es halt so cool war und ja da haben wir uns quasi ja eine pause gegönnt sind durch die händlerhallen und künstlerhallen gelaufen haben sachen angeschaut haben gegessen haben dann quasi auch das feuerwerk genossen ich hoffe dass meine aufnahme vom feuerwerk ein bisschen schön aussieht auf dem video ist halt immer ein bisschen schwierig bei eine blöde belichtung dann quasi zu filmen aber ich wollte es auf jeden fall festhalten dem blog weil ich das irgendwie schön fand endlich wieder ein feuerwerk zu sehen also ich bin halt nicht unbedingt fürs silvester feuerwerk also das was halt quasi vor der haustür macht bin ich nicht so ein großer fan von aber vielmehr halt von so größeren feuerwerken also dass man quasi mit leuten irgendwie im platz sich sammelt und dann quasi dann große coole feuerwerke schaut das spricht mich sehr sehr an genau also das war ein sehr sehr schöner abend vor allen dingen so als abschluss nach dem konzert danach gab es wieder amv night diesmal eher als wettbewerb und da hat man auch gemerkt dass der quasi von der qualität her deutlich schlechter ist als im vergleich zu amv night was ich ein bisschen schade finde ist dass man quasi die amv night freitag stattfinden lässt und halt quasi das wettbewerb samstag also ich hätte irgendwie von dem spannungsaufbau der convention hätte er dann quasi die beiden programmpunkte getauscht ja wie gesagt also ich meine wie gesagt bei der amv night wird wirklich die creme la la creme weltweit gezeigt und bei dem wie wettbewerb wird quasi nur das gezeigt was auch eingereicht wird und das ist ja quasi erstmal konnichi exclusive und da ist wirklich auf mega tolle arbeit entstanden und super coole ideen und so weiter und so fort es sind halt verschiedene komplett verschiedene level sage ich mal so wenn man halt beide programmpunkte besucht merkt man es einfach und ich hätte es irgendwie schöner gefunden dass wenn man es halt quasi tauschen würde dann hätte ich glaube ich auch das wettbewerb oder die arbeit der leuten die das eingereicht haben hätte ich glaube ich einfach mehr appreciaten können als wenn ich halt am vortag halt noch mal eine komplett andere klasse gesehen hätte aber wie gesagt es war trotzdem sehr sehr toll ich war nur echt müde und ich wollte einfach auch nur nach hause also ich war wie gesagt ich hatte am vortag halt schon wenig schlaf und da war ja quasi die kunichi halt von morgens bis halt mitternacht und dementsprechend war ich einfach echt fertig und ich wusste ja ich muss noch alles packen und sonntag wieder früh los weil wir natürlich auch die garderobe gebraucht haben für unseren koffer ähm was by the way richtig scheiße ist ich habe eigentlich nur so einen kleinen handgepäck koffer aber es langsam wo ich auch alle drei tage cosplay nicht mehr möglich alles in diesem kleinen koffer zu transportieren also ich brauchte so einen großen und die meisten von euch wissen ich bin ständig broke also ich bin in die stadt gegangen habe versucht das günstigste koffer was ich irgendwelchen laden gesehen habe zu kaufen habe auch eins bekommen und also die quali man merkt ist halt nicht das beste aber das war gar nicht mein anspruch und die war aber an sich gut die rollt auch super aber sobald da mein ganzer cosplay stuff da drin ist dann ist es anscheinend so schwer dass da irgendwie so auf den vorderen rädern so ein druck ausgeübt wird weshalb das quasi dann immer klemmen bleibt bedeutet ich kann den koffer zwar hinter mir herziehen aber halt nicht mit dem vier rädern fortbewegen auf jeden fall war es halt quasi so oh shit wenn die kleinen rädchen die eigentlich gar nicht dafür gemacht sind den ganzen koffer nur auf zwei stück zu tragen und halt nicht auf eigentlich sind das vier räder aber es funktionierte ja nicht also müssten wir das quasi nur den ganzen das ganze gewicht auf zwei rädern hängen was eine kaputt bricht ne dann haben wir einfach ein 100 liter koffer die wir die ganze zeit in der hand tragen müssen naja auf jeden fall hat alles gut geklaut wir sind auch rechtzeitig bei der garderobe gewesen wo wir noch einen platz bekommen haben da wurde ich auch quasi nett darauf hingewiesen dass ich vielleicht den koffer nicht für flüge oder so benutzen soll weil die qualität halt nicht so geil ist und ich dachte mir so ja es ist okay die der koffer ist nur für conventions alles gut ja genau also soviel zu dem koffer wir konnten so viel abgeben das war echt für mich so der größte der größte stein fiel mir von herzen weil ich hatte ich wüsste halt nicht was ich mit dem koffer anstellen sollte wäre die garderobe schon voll gewesen weil wie ich noch vorhin gesagt habe oder erzählt habe gab es einfach nur so zwei kleinen container die als garderobe gedient haben und also da war nicht wirklich viel platz dafür dass es halt so viele besucher gibt und super viele cosplayer hatte ich quasi die ganze zeit einfach nur die angst gehabt die denn also das ist quasi nicht gepasst hätte aber da waren wir einfach früh genug was mich echt was mich echt einfach gefreut hat genau dann waren wir bei einem workshop ich sage jetzt nicht genau wie der hieß es ging auf jeden fall um posing tricks und es tut mir so leid und ich weiß ich habe manchmal echt hohe ansprüche weil ich selber für mich hohe ansprüche hätte und dann komme ich es manchmal ins vergleichen und ich mag echt diese charaktereigenschaft von mir null ich reg mich teilweise echt drüber auf aber dieser workshop war so lame und ich möchte irgendwie die person auch nicht fertig machen dafür die hat ja auch quasi gesagt dass sie seitdem sie ein kind ist in diesem model business drin ist und auch schon von anfang an so in der cosplay richtung also auf jeden fall hat sie extrem viel erfahrung so und weil sie natürlich auch so einen satz gedroppt hat dachte ich mir ich bekomme voll die geilen tipps ich war so gehypt ja aber dann fing sie halt erst mal kennt ihr das so typisch diese für mich ist es typisch diese geschichtslehrer die so einfach nur im lehrer pool sitzen irgendwas labern und man kommt irgendwie kaum mit ja so hat sich das für mich angefühlt die waren eigentlich auch dazu zweit aber der eine partner der also der workshops leiterpartner würde ich mal so benennen der saß auch einfach nur am tisch und hat sich nie mal vorgestellt obwohl es heißt es hieß die ganze zeit wir und ne also es war eindeutig ein team aber der hat einfach null gesagt jetzt nicht mal hi ich bin der und der gesagt sondern wirklich nur die die dame hat quasi ja das reden übernommen und an sich fing es ja nicht so schlecht an aber es war halt a ist mir sofort aufgefallen dass die bilder nicht wirklich sehr passend zu dem themen waren also ich habe halt quasi immer mit meinem freund bisschen geflüstert hin und her wir saßen halt ganz hinten dementsprechend fand ich das noch okay und habt ihr das gesagt irgendwie ich hätte nicht dieses bild genommen für das thema weil das das bringt mir nichts also ich sehe ja nicht wie das was sie mir gerade vermitteln möchte einen hinhalt kann ich das im bild nicht wieder erkennen und ich kann mir das nicht vorstellen wie ich das jetzt zu verbessern habe und er meinte so ja es geht doch schon in die richtung also es jetzt es ging halt um die dynamik und das bild war es war nicht statisch aber es war jetzt wirklich nicht ein bild was ich als beispiel jahrelange arbeit für den namen dynamisches bild halt verwendet hätte und der meinte so ja du deine erwartungen sind viel zu hoch hör es mal weiter und ich dachte mir so okay beruhige dich die hat bestimmt mega coole tipps und erfahrungen was sie halt gleich erzählt ich war wirklich also wie gesagt ich bin jemand der immer sehr daran interessiert ist erfahrung von anderen menschen die halt schon länger in der szene sind zuzuhören und danach so okay vielleicht braucht sie einfach im moment um reinzukommen dieses workshop halten ja leider wurde es nicht besser also ich weiß halt nicht ob ich jetzt diejenige bin die da komplett im falschen film gefahren ist im eigenen kopf aber ich fand es einfach nur so schade dass obwohl sie halt so viele erfahrungen hatte und auch das quasi so vermarkt worden ist dass man quasi tricks mitgegeben bekommt und dann kommt sowas wie erst mal wozu fragen gestellt ins publikum und da hatte ich den eindruck hat das publikum sollte auf einmal die den inhalt übernehmen also bei mir ich weiß halt nicht ich mag sowas nicht und dann kam so eine beispielsfrage also die die ich am schlimmsten fand zu dem zeit also wir waren nicht den ganzen workshop lang da also ungefähr eine hälfte bin ich wirklich gegangen weil ich gemerkt habe das tut mir nicht gut und ich möchte auch irgendwie nicht der den eindruck geben dass jemand sich total langweilt weil ich bin wirklich eingenickt auch wenn ich dagegen angekämpft habe entsprechend bin ich auch irgendwann gegangen aber zu dem für die zeitspanne wo ich war die schlimmste frage für mich persönlich behalten welche erfahrung habt ihr mit tfp gemacht shootings gemacht und ich dachte mir so du willst mir gerade tricks beibringen und fragst du es ist so die frage ich extrem offen und ich weiß nicht was soll man das sagen soll man jetzt seinen schlimmsten shooting mit einem tfp vertrag quasi sagen ob man überhaupt einen vertrag hatte und so weiter und so fort also es war keine frage wo man halt schnell beantworten kann sondern eben eine geschichte rausholte oder so ich es war auch nicht erkennbar worauf sie hinaus wollte und wie gesagt also wenn der workshop wirklich nur sagt jo ich gebe dir die besten tipps für das und das dann ist das das war mir zu allgemeinhaltend ich habe keine expertise in ihrer arbeit gefunden außer die bilder waren echt schön so ist es nicht aber in dieses weitergeben habe ich keine expertise halt quasi wieder gesehen und fand ich super schade weil das war echt einer der workshops wo ich gesagt habe oder muss ich unbedingt hin also wie gesagt ich möchte daher quasi niemanden runter machen ich gewähre selber dann quasi auf den maximalen workshop vielleicht kriege ich das selber nicht viel besser hin ja ich fand zeit nur als zuhörer einfach ein bisschen blöd ich habe mich einfach auf darauf gefreut dann quasi sachen zu sehen und die kam halt nicht na gut auf jeden fall ja da war die laune gerade nicht auf dem höchsten maß wir sind dann quasi wie gesagt gegangen ich deshalb schnell und so unauffällig wie möglich den raum verlassen habe mir dann noch was zu trinken geholt denn danach gab es einen sehr sehr wichtigen programmpunkt nämlich das word cosplay somit vorentscheid und ich war bei solchen gospel wettbewerben tatsächlich noch nie dabei mein allererster war auf der animagic was ich auch quasi mit gefilmt habe für den vlog und ich kannte andere wettbewerber halt gar nicht ich habe das schon mal vom hören her mitbekommen aber kannte halt das ganze drumherum nicht so und dann komme ich halt in diesem seil rein wir hatten echt gute plätze ich war by the way nur dort weil kars kostüms ein auftritt hatte mit ich habe den namen von seiner partnerin vergessen aber ja auf jeden fall war ich halt hauptsächlich wegen ihm dort also wurde ich erst auf diesen programmpunkt aufmerksam gemacht wegen ihm weil er da den auftritt hatte und ich fand halt super geil wie ja einfach detailreich und richtig richtig krass das kostüm halt quasi handmade gemacht worden ist und da wollte ich halt den auftritt miterleben und dann spielen die so ein intro video ab und ich war im heulen ich hatte gänsehaut ich kam nicht auf mein leben klar die haben so ein intro gemacht die generell dieses word cosplay sub mit quasi vorgestellt hat der verlauf wie es entstanden ist so die ersten jahre dann und wie das auch dann von jahr zu jahr größer geworden ist sowohl von den teams her aber auch von den zuschauern schafft und jetzt kriege ich wieder gänsehaut weil ich darüber rede sorry leute aber das hat mich wirklich so so berührt ich ich werde so emotional das war echt crazy und ich habe einen freund der manchmal frage ich mich ob er ein herz hat weil super rationales und sehr schwer emotion ausdrücken kann und selbst er hatte tränen in den augen leute das war einfach insane und darauf war ich nicht vorbereitet also ja auf jeden fall danach war ich war ja ich weiß ich kann halt halt nicht sagen ich war wirklich zu drehen gerührt und das war halt ein kurz video und ich dachte mir so ich komme jetzt auf einmal nicht auf mein leben klar und ich aber es war ja so ein schönes gefühl also es war ja quasi ich habe mich sehr desorientiert gefühlt und war es war wirklich surreal was ich was die gefühle die ich hatte hat sich auch mega surreal angefühlt dass ja sowas halt über entstanden ist und wie das halt so stück für stück also es war echt gut gemacht dieses video und wie gesagt ich bin immer noch sehr emotional betroffen davon die letzten gewinnerinnen haben tatsächlich auch die moderation übernommen also anscheinend ist es auch quasi normal wusste ich ja vorher nicht weil ich vorher noch nie so was besucht habe und haben dann auch zwischendurch über ihre erfahrungen japan erzählt weil die gewinner quasi aus dem vorentscheid fliegen ja nach japan und ganz ehrlich die beiden die waren so chaotisch die waren so unvorbereitet aber das war so unterhaltsam wirklich haben das irgendwie echt auf die leichte schulter genommen und dementsprechend gab es auch immer was zu lachen es hat wirklich keinem gejuckt dass die haben ihre karten vergessen wussten auf einmal nicht wie das team hieß die gleich auftritt bla 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 und das war super wie gesagt super chaotisch aber irgendwie auch mega witzig und ich fand auch generell das habe ich ganz vergessen zu erwähnen ich fand es halt generell schon eine crazy atmosphäre in diesem saal weil selbst für den world cosplay submit waren mehr leute in dem saal als vorhin im konzert von einem ehrengast was ich bisher noch nie erlebt habe dass tatsächlich so ein wettbewerb einfach viel mehr leute anzieht also generell dass der saal wirklich bis zum allerletzten sitz überfüllt war war schon so mega crazy und dementsprechend fand ich umso schöner dass das ganze publikum einfach mitgemacht hat und mitgelacht hat falls also wenn die moderatoren mal wieder ich sag mal so schüsselig waren die karten fallen gelassen haben das ist tatsächlich mehrmals passiert und das war irgendwie voll die schöne atmosphäre halt und dementsprechend konnte man immer zwischendurch lachen es war aber auch mega interessant halt die bilder zu sehen was die halt gemacht haben ich finde unfassbar schade für die beiden weil die haben ja natürlich wegen der ganzen coronapandemie sache haben die halt erstens wussten die nicht ob wirklich nach japan fliegen dürfen und da gab es sowieso schwierigkeiten dann wurde das programm auch verkürzt die waren wirklich nur eine woche da und haben nicht so viel erlebt wie bei den anderen jahrgängen nenne ich mal so das fand ich halt schon ein bisschen schade aber trotzdem die haben so cool stuff gemacht und fand ich fand einfach super schön dass sie quasi nochmal zwischen den acts wo man quasi die bühne aufgebaut hat davon berichtet haben das fand ich super super interessant die acts an sich waren auch richtig richtig toll also am anfang gab es sozusagen eine vorstellungsrunde und ich fand es richtig cool dass die leute auch schon in character waren und dementsprechend so ich sag mal so ein paar sekunden act da gezeigt haben wie dann quasi die charakter sich auch so ja dem publikum begrüßen würden und das fand ich halt schon richtig richtig gut gemacht also man hat sofort gemerkt dass selbst die teilnehmer extrem gechillt und mega bock auf das hatten halt ja ich weiß nicht ob ich das zu sehr hoch halbe gerade aber ich war auf jeden fall sehr davon fasziniert und fand es einfach super super schön dann gab es halt die acts manche waren halt ähm eher auf ich weiß nicht wie ich das erklären soll aber halt ich vielleicht kann ich einfach nicht so viel damit anfangen weil ich den die fandoms nicht kenne aber halt sehr nicht 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 gehalten um und dementsprechend es waren aber trotzdem sehr sehr schöne acts also ich glaube es gab keinen act wo ich gesagt hätte boah das hat mir nicht gefallen oder so das war schon sehr sehr schön es gab aber manche die haben voll die crazy story durchlaufen oder haben extra voll das witzige lied dazu genommen und das perfekt angepasst manche hatten ex also die kostüme waren schon aufwendig aber die bühne die war einfach crazy und dementsprechend ja irgendwie war jeder act einzigartig und super super schön äh bei manchen vor allem bei dem allerletzten ey ich hab mich so weggelacht ich hatte schon langsam so schmerzen am kiefer weil meine muskeln einfach so versteift waren vor lachen also von diesen durchgängigen lachen auf jeden fall super super cool das lachen verging auch nicht denn ähm als nächstes sind wir sofort zu dem panel gegangen mit verschiedenen publishern also ihr merkt halt schon die freaks sind wieder am start und zwar ging das panel über die lizenzierung alter anime vielleicht seid ihr im thema oder nicht aber es tatsächlich sehr schwierig alten animes zu lizenzieren teilweise weil ich sag mal so lizenzen verloren gegangen sind oder man selber im japan nicht weiß wem welche lizenz gehört und man also auf jeden fall hinter diesem ganzen lizenzierungsprozess steckt ja super viel arbeit aber wenn selber in die einzelnen lizenzen ähm bei leuten liegen die eben nicht so krass daran interessiert sind dass halt in anderen ländern halt das verwendet wird oder weiterverwendet wird dann ähm können halt durchaus sehr große probleme geben und das ist halt eben für die alten anime tatsächlich ein größeres problem als heute weil heute inzwischen wird alles lizenziert genau da kam mein freund wieder ins spiel denn er hat äh stillen aktivismus sage ich mal so betrieben er hat sich ähm schon vor ein paar jahren wo oregaero vielleicht kennt der ein oder andere den anime also das auf jeden fall sehr empfehlenswert ähm noch nicht lizenziert worden ist und das ist halt sein allerlieblings anime und er hat so eine fette e-mail an animon geschickt hat halt nicht viel gebracht und dann hat er auch quasi für die animagic 2019 sehe ich ein t-shirt das also hat ein t-shirt designt wo dann quasi steht wann kommt eure geiro nach deutschland das hat er halt drucken lassen und hat das wirklich dann quasi auf der animagic getragen und halt natürlich vor dem animon stand dann quasi da gestanden so in der hoffnung dass er darauf angesprochen wird oder zumindest ist halt wie gesagt stillen aktivismus er ist sehr schüchtern dementsprechend wird er glaube ich nicht sofort auf einen publisher zu gehen oder halt durch diese mails aber ich meine jetzt wirklich von person zu person aber halt durch dieses t-shirt halt so gesagt hey wollt ihr nicht oregaero lizenziert by the way animon ist sein lieblingspublisher deshalb wollte er das animon halt oregaero lizenziert und tatsächlich ähm Weihnachten gab halt die News animon lizenziert und da ist er komplett ausgeflippt auf jeden Fall ähm hat er jetzt sein neuesten Projekt quasi und zwar hat er Edition D das ist ein Anime den er sehr gerne mag vor allem in dem Eurobeat und da hat er auch wieder ein t-shirt designt dann kommt Edition D nach Deutschland und tatsächlich finde ich das ist ein extrem schön also halt sehr gut integriert in das fandom und ja das hat er quasi dann auch getragen und deshalb mussten wir auch in der ersten Reihe sitzen damit ähm die Publisher oder die Vertreter von den Publisher die da waren vielleicht haben die quasi den t-shirt bemerkt who knows leider war animon nicht dabei sondern ähm peppermint äh ksm und Hardballfilms ich hoffe ich habe das jetzt richtig in Erinnerung weil die äh eher seit dem letzten Jahr glaube ich dabei sind und die die kannte ich tatsächlich bis dahin nicht also die habe ich erst ähm überhaupt kennengelernt in dem Programm und es war super super witzig weil natürlich ich meine das sind einfach Konkurrenzen ne und dementsprechend gab es mal eben ab und zu mal einen freundlichen Seitenhieb also die haben sich die ganze Zeit gedisst und das wurde aber sehr offen meiner Weise quasi natürlich gesagt und die anderen haben das angenommen also ganz stupides Beispiel gäbe es überhaupt peppermint wenn es nicht SHO quasi durch die Decke gegangen wäre halt sowas in der Art und für die Leute die quasi dann ne ne sich an sowas interessieren das ist halt durchaus witzig wie die sag mal so Kollegen ähm ja untereinander einfach sich unterhalten das war einfach mega mega witzig ich ich hatte auf jeden Fall äh mein Spaß es war sehr unterhalten obwohl ich eigentlich nicht so krass in diesen Themenhalterin bin aber halt durch meinen Freund durchaus einiges kenne und ich muss eins sagen die PowerPoint von Moderator war so hässlich Leute der hat aber auch gesagt ja er hat so viel um den Ohren er hatte kaum Zeit für die Vorbereitung und so und also wirklich da wurden halt teilweise so also nicht nur Screenshots sondern hässliche Screenshots mit reingenommen und das war wirklich so aus als ob eine PowerPoint von den 90ern gewesen gab es überhaupt PowerPoint in den 90ern ist auch egal auf jeden Fall durch und durch sehr hässlich und natürlich gab es mal den ein oder anderen Kommentar das wurde aber extrem locker genommen und man hat einfach drüber gelacht was ziemlich witzig war ähm ich sag mal so der Moderator hat zwar die PowerPoint nicht so gut hinbekommen aber die Insider Infos und ne so das eine oder andere was er angesprochen hat das war halt schon es war schon sehr spicy ähm die dürfen natürlich jetzt vieles halt nicht wirklich ausführen und erzählen ne es gibt immer noch Betriebsgeheimnis sozusagen vielleicht ist die eine oder andere Insider Info trotzdem rausgekommen aber halt nichts Extremes weil wie gesagt die müssen natürlich da aufpassen und die können ja ihren Job gut machen es war trotzdem sehr sehr unterhaltsam ein Highlight auf jeden Fall war es natürlich dass der Moderator wirklich das ein das eine Bild was halt nur ein einziges Mal gepostet worden ist von Peppermint über eine Ankündigung dass ein Anime Kiri irgendwie sowas in einer Art ähm auf Disc rauskommt und äh auf einmal haben die nie wieder ein Wort darüber verloren und tatsächlich war es einfach eine Fehlankündigung also die dachten die dürfen das schon ankündigen aber da waren die ganzen Verträge doch nicht durch und dann wurde das Ganze abgeblasen also die dürfen nur streamen und nicht auf Disc rausbringen dementsprechend wurde das sozusagen unter dem Teppich gekehrt und ich fand dann so geil dass der Moderator einfach das wieder rausholt und damit sofort den Vertreter von Peppermint konfrontiert also es war schon sehr sehr witzig ich fand das richtig richtig cool ich fand das ein super schöner Kon-Abschluss und dementsprechend sind wir auch früher gegangen als geplant also ich dachte mir so ey ich fühle mich gerade so gut ich hatte gerade super Bekampung es kann nicht besser werden ja ich hätte gerne doch noch einen japanischen Crepe gegessen aber ich wusste nicht dass um 16 Uhr schon äh der Außenbereich zumacht also ich wusste dass die halt irgendwann zumachen aber halt nicht schon um 16 Uhr ich bin auch also das war wirklich mega knapp also eine Viertelstunde vorher ich hab einfach gesagt ja gehen wir noch kurz zu dem äh My Costumes Stand und dann können wir halt was essen holen hätten wir das einfach nur die Reihenfolge geändert dann hätte ich noch einen Crepe bekommen können Leute naja ich hab kein Crepe bekommen und wir sind dann auch gefahren da ich aber noch sehr viel Hunger hatte und wir halt durchaus ein paar Stunden fahren also ich glaub 5 oder 6 Stunden fahren wir ähm wollte ich auf jeden Fall vorher noch was essen sind wir essen gegangen äh ja es war halt keine gute Idee natürlich sind alle Leute von der Convention halt auch zu diesem Restaurant in Anführungsstrichen gegangen es war super voll wie gesagt mein Freund ist nicht derjenige der Menschen proaktiv anspringt und ich war halt und ich war halt am Tisch und hab gewartet bis der mit dem Essen kommt und irgendwann hab ich so gemerkt hä warum bekommen schon andere das Essen obwohl die halt viel später überhaupt reingekommen sind und dann bin ich halt zu ihm hingegangen hab ihn darauf angesprochen und meinte so ja irgendwie wurden wir noch nicht aufgerufen und ja ihr solltet mich nicht kennenlernen wenn ich hungrig bin ich hab versucht so nett wie möglich zu bleiben aber ich hab halt wirklich eine Ansage gemacht dass die endlich mein Essen liefern also das Essen übergeben sollen wenn andere Leute die viel später und es ist jetzt nicht so dass die Leute die viel später überhaupt reingekommen sind was kleines bestellt haben nein das war eine Fünfergruppe und jeder hat quasi ein Menü bestellt also es war sehr sehr viel ähm bestellt worden und deshalb dachte ich mir so irgendwas stimmt hier nicht und da ich schon mal Verwandten hatten die genau bei so einer Kette gearbeitet haben und dann müssen ne ja weil es das sehr viel runtergehen kann sobald ein bisschen mehr Kundschaft da ist habe ich dann quasi natürlich angesprochen hab gesagt ich übernehme das und hab dann dafür gesorgt dass wir was zu essen bekommen auf jeden Fall haben wir unfassbar viel Zeit in diesem Imbiss verbracht was halt natürlich blöd war hätte ich das alles gewusst ganz ehrlich ich hätte mir ein Brötchen geholt und wäre halt Hunger nach Hause gefahren weil als wir zurückgekommen sind haben wir erfahren dass die dass alle Verbindungen die halt quasi nach NRW führen ausgefallen sind für den ganzen Abend es gibt einen Schienersatzverkehr stündlich und wer hat seinen Bus um zwei Minuten verpasst ganz genau wir waren es also eine Stunde am Bahnhof abhängen ich war echt genervt weil das Essen hat ja auch nicht so geschmeckt das war alles da hingeklatscht aber also ich hatte zwar nicht den Anspruch darauf ich wollte einfach irgendwas in meinem Magen haben aber wenn man halt das ganze drumherum quasi mitzählt ich war einfach fertig zumindest für den Moment also eigentlich hatte ich immer noch positive Energie von der Con aber ich war einfach super genervt und dachte mir so ey warum mussten wir zwei Stunden länger in diesem Restaurant verbleiben ähm ich wäre so gerne in dem Bus schon jetzt gewesen weil wie gesagt also erstmal Schienersatzverkehr da fährst du sowieso dann länger und eben eine ganze Stunde darauf warten bis der nächste Bus kommt und das war halt irgendwie nicht cool meine Laune natürlich sehr geholfen hat war dass zu dem Zeitpunkt auch die Ankündigung online ging dass die Konichi nicht mehr in Kassel stattfinden wird sondern in Wiesbaden ich glaube das habt ihr schon alle mitbekommen die Kommentare unter dem der Ankündigung waren einfach insane und ang also natürlich es gab auch viel Minimi aber es gab auch Beleidigung und teilweise haben Leute ähm Petitionen aufgemacht damit bloß die Nitschi in Kassel bleibt und ich denke mir so Leute wisst ihr überhaupt wie es halt ich fand das super egoistisch von den Menschen also klar ich kann halt verstehen dass manche traurig waren die Kon wird zu weit oder man wohnt in der Nähe und dann geht die Menschen die quasi in der Nähe war einfach weg natürlich es ist alles traurig und ich kann super verstehen dass sehr viele Menschen einfach nicht so gerade glücklich über den Umzug sind aber es haben so viele Leute so ein Hass geschoben als ob es jetzt das jetzt das schlimmste ist ich meine ganz ehrlich jeder Besucher der halt auch drin gewesen ist weiß dass die Konvention an sich schon aus allen Nähten geplatzt ist und nein die Hallen in Kassel sind nicht unbedingt eine Alternative es gibt super wo also die messen an sich wie viele Auflagen die erfüllen muss die ganzen Genehmigungen von der Stadt einholen also ich habe kein Insider Wissen ich bin halt nicht in dem in der Orga Team aber ich vertraue diesen Menschen dass die quasi alles im Sinne der Community machen I'm sorry für den Seitenhieb aber es ist nicht die Dokumi es ist halt die Konichi das ist kein Unternehmen und das ist jetzt nicht also ne die wollen nicht nur Geld reinstecken sondern die wollen einfach was cooles auf die beiden stellen und natürlich heißt ja nicht dass sie quasi alles perfekt machen und ich kann auch viele Argumente nachvollziehen warum vielleicht Kassel doch immer noch die bessere Location ist ich persönlich fand es aber eher unschön dass ich mehrmals die das Gelände verlassen musste um halt den Künstlermarkt zu sehen um das bring and by zu sehen man hat einfach gemerkt dass die Convention so wie sie quasi also das Angebot was es halt geben möchte einfach nicht mehr in diesen in dieser Location reinpasst natürlich guckt man sich nach Alternativen und ich weiß jetzt auch nicht genau welcher Grund es genau war warum es wie es Baden sein musste aber es war nicht definitiv nicht dafür dass eine Convention wieder weiter in den besten Bereich halt rein geht also wie gesagt ich fand einfach super viel extrem unter der Güterlinie wie viel Hass geschoben worden ist und beleidigt man wurde ich war tatsächlich so ein bisschen empört drüber ich dachte mir so hab ich drei Tage lang mit diesem Menschen in einem Gebäude verbracht fand ich ich fand es echt crazy ähm was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte ist dass ganz viele Leute gesagt haben ja voll schade es ist vorher nicht angekündigt worden ist ich hätte die Convention anders verbracht mit einem anderen Mindset man hätte mehr Erinnerungen festgehalten ich kann das alles nachvollziehen und ich finde es auch super super schade aber ganz ehrlich Leute überlegt mal lest euch mal die Kommentarspalten vor allem die die sehr sehr kritisch sind und diese Menschen die teilweise Petitionen aufmachen rumheulen fragen ey kann irgendeiner mal eine Gruppe irgendwie sich zusammenstellen und eine neue Convention für Kassel machen ab die Art wie man mit die mit dem Orga Team umgegangen ist also ne Kommunikation und auch die Reaktion darauf ich möchte wirklich ich bin so dankbar dass die Konichi das vorher nicht angekündigt hat weil natürlich viele Menschen hätten gesagt okay voll schade aber ich genieße jetzt zumindest die letzte Convention in Kassel andere ich will gar nicht mehr ausdenken was andere auf welche Ideen andere gekommen wären von Proteste bis hin zu irgendwelchen Schildern den anderen Besuchern stören es tut mir wahnsinnig leid ich bin echt nicht gerne die Person die Person die den Teufel an die Wand malt aber wir reden gerade hier über Menschen Menschen sind Arschlöcher tut mir leid für meinen Ausdruck aber was ich in den Kommentaren gelesen habe teilweise wurden von Arschlöchern geschrieben ich meine nicht die Leute die nur darüber enttäuscht waren oder traurig oder so ich kann halt wie gesagt vieles nachvollziehen aber es gab einfach so viel Müll und so viel Hass wo ich schon denke Hass gegenüber wen das eine das halt das Orga Team gesehen hat jo wir wollen wir haben wir haben halt eine Vision und dafür passt die jetzige Location nicht wir müssen uns irgendwo was anderes suchen also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen wie gesagt Kritik leichte Empörung ich kann das wie gesagt das das möchte ich gar nicht ansprechen also wenn du quasi gesagt hast oh voll schade ist mir viel zu weit weg warum seid ihr weggegangen das ist halt nicht das was ich anspreche sondern halt den eher härteren Stuff der leider nicht wenig war auf jeden Fall freue ich mich super auf die neue Location die schaut auch danach aus dass die größer ist es gibt auch eine riesigen Gartenanlage also ich kenne den Garten nicht in Kassel weil die Konichi hat für mich bisher immer so viel Programm gegeben dass ich nie Zeit hatte in den Garten zu gehen also daher kenne ich das nicht ich kann auch nicht viel darüber sagen viele sagen ja dass der Garten wunderschön ist und den glaube ich das auch aber es gibt halt auch auf der neuen Location neuen Garten vielleicht ist der halt auch super schön und apropos Garten es ist zwar nur eine persönliche Eindruck also ich würde jetzt nicht sagen dass ich das überhaupt so wirklich sagen kann ich lehne mich jetzt richtig aus dem Fenster raus aber ich hatte den Eindruck in der Kommentarsektion dass die Leute die am lautesten waren aber auch so schon passiv aggressiv in den Kommentaren waren das sind genau die Leute die keine Tickets kaufen sondern nur im Garten abhängen also ich finde es halt schon ein bisschen nicht nur ein bisschen sondern sehr sehr traurig dass man bei vielen den Eindruck bekommen hat dass es halt nicht um die Konichi geht sondern nur dass es halt in Kassel einen Cosplay Treffpunkt gab und das kann man ja auch quasi weiter organisieren dafür muss es ja nicht die Konichi geben aber dafür dann quasi im Internet den ganzen Hass zuschieben finde ich schwierig ehrlich gesagt finde ich sehr sehr schwierig ja auf jeden Fall war ich von der Community mega mega enttäuscht aber ich war halt enttäuscht ich war auch dann quasi schlecht gelaunt ich muss aber sagen es gab noch einen Wendepunkt und zwar der Schienersatzverkehr Bus kam endlich an wir gegen Rhein und zufälligerweise saß neben mir also ich stand zwar aber ne an den Sitz also auf dem Sitz neben mir saß ein bestimmter Convention Besucher der mich angesprochen hat und zwar war der Helfer und naja man kam ins Gespräch und ich habe halt schon ab und zu mal gesagt dass wir beide sehr offen für Insider-Informationen sind natürlich haben wir darüber gequatscht und auch über andere Sachen ich möchte niemanden verpetzen vielleicht hat man das ein oder andere erfahren aber auch nicht wirklich wir waren schon sehr sehr hart sag ich mal also wir waren sehr sehr interessiert und haben teilweise richtig krass nachgehakt zum Beispiel warum der ein oder andere Publisher nicht auf der Convention vertreten war oder so ja aber es war super super nice dass wir doch irgendwie doch diesen sehr blöden blöde Situation hatten weil sonst hätten wir unseren Informant nein Spaß äh nein sonst hätten wir den ich hätte fast den Namen gedroppt aber das mache ich lieber jetzt in diesem Kontext nicht auf jeden Fall hätten wir äh die liebe Person nie kennengelernt und ich fand das super super schön weil es war wieder eine Person die schon seit Jahren in der Szene ist und bei mehreren Conventions mitgewirkt hat also als Helfer aber auch ne einfach seine Kontakte hat und super viel erzählen konnte und ich fand das einfach super spannend ich liebe es einfach dann quasi zuzuhören auch wenn ich sonst gerne die Quatschtante spiele aber ja war richtig schön und ich habe mich ehrlich gesagt wieder so wie ein Kleinkind gefühlt ähm die gerade so die Welt kennenlernt oder entdeckt ja wirklich also für mich ist manchmal die Cosplay-Szene immer noch eine komplett neue Welt ich habe noch so viel zu erleben und entdecken und das ist glaube ich das was mich so ein bisschen ja doch sehr motiviert aus mein Komfortzone zu gehen und neue Menschen kennenzulernen also mir fällt das super schwer aber ich möchte ja quasi neue Menschen kennenlernen und halt ähm von anderen Leuten Sachen hören und dementsprechend fand ich das super super cool dass auf dem Weg nach Hause also der musste halt by the way den gleichen Zug nehmen wie wir also hat alles vollgepasst und wir konnten fast bis zu unserer Stadt dann quasi zusammenfahren und hatten wirklich tolle Gespräche geführt also insgesamt war die Konnichi schon eine sehr coole Convention und das ist auch meine Lieblingsconvention also wäre schon sehr traurig wenn ich da ähm eine schlechte Erinnerung daraus hätte aber ne insgesamt würde ich sagen das war auf jeden Fall richtig richtig geil habe sehr viel erlebt und das war wieder ein tolles Erlebnis nur halt mit Drama also ich meine ich weiß halt nicht ich habe inzwischen gar keinen Anspruch mehr dass ich einfach meine entspannte Convention erlebe aber ja ich hoffe du bist noch dran und äh hast mir gerne zugehört dass es dich irgendwo unterhalten hat und wir hören uns hoffentlich auch schon nächste Woche ich freue mich auf jeden Fall drauf wenn ich wieder äh mehr Folgen produzieren kann momentan ist es noch alles sehr stressig äh äh folg mir gerne bei Instagram falls du das irgendwie dich interessiert dann quasi auch zu schauen ich poste super oft so ja zu anstehenden Projekten erste Anlaufstelle ist natürlich mein Coffee Page aber das ist dann quasi nur für Supporter ähm aber für kostenlosen Content bin ich dann quasi am bei Instagram am aktivsten sage ich mal so schaut mal gerne vorbei und ja dann würde ich mal sagen bis zum nächsten Mal Life which is cyber